Bei Pantoffel TV sprechen wir diesmal über die Filme Freier Fall Ganz ehrlich, dieser Film ist ein fast 1 zu 1 Remake der ersten beiden Drittel von Brokeback Mountain Ich einfach und verbesserlich 2 Erklärt es mir, was ist an dieser Filmreihe so toll? Also man muss natürlich, es geht nicht nur um diese Filmreihe also du, weil du tust dich ja sowieso von Haus aus schwer mit Animationsfilm Ja schade, dass Mario heute nicht dabei ist, der würde mir nämlich zustimmen Und Killing Season Ein wirklich schlechter Film Ja Und zu Recht ist der nur ins DVD-Regal gekommen Und Klaus Kauker nimmt sich die neue CD von DSDS-Gewinnerin Beatrice Egli vor Du hast mich betrogen Und wenn ich dich wiedersehe Warte ich mit Pfeil und Bogen Und ich spiel diese CD Das ist pure Lebensfreude Pure Folter für dein Ohr Pure Lebensfreude So stell ich mir die Hölle vor Nie Und ich bin Gott